Also ich bin fertig, Daniel holt, musste noch einmal, dann waren wir durch. Der Fenn, der schreibt gerade, siehst du. Wie schreibt der denn? Ist irgendwas auf Server 2 besser? Ja, dass keiner da ist. Deshalb ist er stehen geblieben zum Schreiben. Süß. Er fährt auf jeden Fall einfach weiter hoch zur Hauptstraße. Ist denn der zweite Server hochgekommen? So, fertig. Jo, fertig. Kann losgehen. Ich komme wieder, Dennis. Bitte nicht überfahren, ich bin gerade genau vor dir. Wieso habe ich 125 beim Held und der Johnny nur 111? Das sind die Nürnkünz, Dinge. Okay, ich bin drin. Ja, das soll ich auch sagen, kann man eigentlich sowas einführen, so aus die Prostitution? Haben wir schon überlegt, wir wollten schon generell eine Diskothek aufbauen mit Prostitution und Stromhealern dort drin. Aber es gibt leider noch keine weiblichen Models in Arma 3. Scheiße. Und daher muss man dann noch drauf warten, weil dann hätten wir schon längst Table Dancerin und so. Und dann gibt es einen einzigen geweihtesten Slot nur für dich. Wir haben da noch die Oma. Also eine Puffmutter hätten wir so oder so schon. Das wäre Gabi, unsere körperälteste Frau mit 57 Jahren. Ja, die Oma, Barbecue-Oma. Und ich werde in ihre Fußstopfen treten. 57. Aber da brauchst du ja noch mindestens 40 Jahre bis dahin. Ey, das ist so krass. Ich frage mich, ob ich auch so werde. Ob ich auch zocken werde in dem Alter. Ich denke schon. Eben, Alter, wenn wir ganz andere Sachen zocken. Ja, weil ich halt so richtig so viel mache. Diablo 11. Rechts-Links-Kombi im Dorf. Keine Aufmerksamkeit, bitte. Mach noch auf dich aufmerksam, wem er das war. Daniel, ne? Nein, das ist schon der Sebastian. War ich, Mann. Den finde ich toll, der Player User. Ich bin auch Fan. Ach komm, es muss irgendwas passieren. Ja, wenn ich sage, es muss was passieren, wird eh nichts passieren. Ich muss sagen, es wird eh nichts passieren. Ich brauche nur Kohle. Ja, ja, weil du ja so viel verloren hast. Achso, wir überholen euch gerade. Ja. Ich war schon mal wieder ein Stückchen vor, um schon mal was mehr einzusehen. Ich muss hier markieren. Ich muss hierком sein. Ich muss hier hochregen. Alle so angespannt? Warum? Hallo, ruhig. Nö, ich bin ganz locker. Kann auch sein, dass es ja alles glatt läuft, dass vielleicht keiner guckbar gemacht hat oder so. Das wird glaube ich auch komplett glatt laufen, weil der Preis doch im Keller war. Das ist ja nicht immer was zu sagen, ja? Hat man ja gestern am Koka gemerkt, dass eigentlich scheißegal ist. Ja, bei Koka mach's halt immer noch gut. Zu den anderen Sachen. Ich pack das Koka einmal in mein Haus und warte auf, dass es wieder oben ist. Ich verleihe jetzt hin. Ähm, so. Ich fahr jetzt schon mal vor durchs Dorf. Check dann eben den Trader. Und ich geb euch dann Bescheid. Ihr bleibt hier vorne im Abstand von 500 Meter mal bitte stehen gleich. Ja, ist klar. Was machen wir? Dennis bleibt zu eurem Gleitschutz da. Ja. Ja, mit Quagglein nach rechts rüber. Dann Heli. Dann Heli. Oder nee, ist ein Vogel. So aus wie ein Heli. Läuft Meta-Teacher. Ist das ein Vogel? Ist das ein Heli? Es ist ein Admin. Ey, das ist so schrecklich. Scheiß hab ich grad genießt, ey. Ah, toll. Monitor wieder abwischen, ne? Wenn es der Monitor wäre, wäre es schön, aber das ist die Tastatur. Schöne neue Tastatur. Ich würde die Hände sowieso halt mischen. Okay, also ich sehe hier keine auffälligen Fahrzeuge. Okay. Auch kein von der Bürgerwehr. Ja, aber die am Boden sind ja eigentlich nur im Vorteil. Ich werde trotzdem nicht auf den wie geplanten Berg fahren, sondern eher eine Straußensperre errichten. Damit, wenn hier einer ankommen sollte... Können wir fahren los, ja? Ja, ihr könnt losfahren. Ich will? Äh, nein, du bleibst im Fahrzeug. Ach, scheiße. Ich glaube, ich hab ein bisschen Kupfer noch bei mir. Äh, drück doch auf T, dann siehst du es. Oder Z, vielmehr. Ja, ich hatte es vergessen, auszuladen. Kupferwagen. Ja, dann werde ich dich als Letzte dann hinbringen, wie die anderen fertig sind. Wir machen auch eine Kupfersperre, sag ich hier schon, eine Straßensperre. Ich fahre jetzt gleich mal kurz Ruhe. Ich darf auch irgendwas hören, wenn irgendwas ist. Soll ich aufsteigen oder drin bleiben? Drin bleiben. Moment. Das sieht so cool aus. Sag mal, wenn ihr jetzt ausgeraubt werdet, wir sind ja hier, steigen aus und kommen. So dürfte es safe sein. Sieht super aus irgendwie. Wer traut sich denn uns jetzt auszurauben? Das sieht echt super gerade aus. Also gut, gut organisiert. Kann man ja noch besser machen, indem man einfach so macht. Ja, wie besser, wenn wir die sind, die ausrauben und nicht immer ausgeraubt werden. Das ist viel schöner. Ja, wir können ja gleich auch mal was ausrauben. Da machen sie bestimmt mit. Ja, ich kann gleich aber nicht mehr mitmachen. Dann sagst du halt der Arbeit ab. Du hörst dich ein bisschen krank an. Ich? Ich? Hört ihr nicht auch was dran? Okay. Ja, ich dachte, ich hätte den Handy gehört aber. Ja, den hab ich auch gehört. Der ist zum Korkafeld geflogen. Server 2 keine Bullen. Na, Moment. Sgt. Sgt. Ja, ich bin fertig. Wie viel hast du gemacht, Daniel? 138. 138.000? Ja. Not sich ja fast gar nicht. Ich gebe euch noch 100.000 dazu. Und wann noch werdet ihr uns ausrauben? Mal sehen. Das ist ja klein. Wohl. Fleisch. Ihr kriegt genau von 22.000 Sebastian. Ja. Freisteig wieder ein. Du musst eigentlich noch irgendwas gleich machen. Die Tour so ausnutzen. Wenn ihr rausfahrt, dann rechts entlang zu mir. bleibt dann hier an der Straße stehen. Ich fahr gleich Kiwi nochmal hin, dass sie ihr Kupfer verkaufen kann. Wenn es du übernimmst, dann bitte die Führungsspitze. Was willst du machen? Ich muss gerade mal kurz den Polizisten schreiben, der mir gerade schreibt, lieber Herr Riddler, die schulden mir und meinen Kollegen noch 410k. Ich sage, einen Schuss ins Gesicht bekommen die. So, dann kauf mal schnell. Ich lache, wenn ich jetzt ausgeopfert werde. Ich lache. Oh, das passiert echt nicht. Gut, verkauft. Da kann ich auch Apfel verkaufen, das ist ja genauso sinnvoll. Ich muss jetzt mal den Checkpoint natürlich zu unserem Haus fahren. Jock, auf geht's. Habt ihr auch alle gegessen und getrunken? Ja, Mama. War dann zu Juckis Haus, bei euch dahin. Dann holen wir die ab und dann gehen wir zum ATM oder wie machen wir das? Oder einer geht zum ATM. Wie machen wir das? Macht den bei Ena, oder? Safe. Ja. Ja. Ja, ist doch klar, dass nicht überfallen werden, weil die Leute, die uns überfallen, sind gerade mit uns. Endlich habe ich den Hunter mal für sinnvolle Zwecke eingesetzt, richtig. Oh ja. So, aber jetzt ändert sich wieder unsere Meinung. Tut mir leid, Donnie. Kennst das ja schon, dass ich öfters mal meine Meinung ändere. Gibt uns unser ganzes Geld. Wir nehmen jetzt 500.000 die Woche. Und da schießen wir euch, ja. Jocki und ich, wir mögen euch eigentlich gar nicht. Ey, ich war damals nicht daran beteiligt. Ich weiß. Du bist auch eher so ein, wie sagt man, Lone... Warum hab ich jetzt nur Lone Ranger im Kopf, aber... Ja, wirklich, Kiwi, weil ich hatte eine Antisympathie gegenüber NG und TF. Nekt man gar nicht in den Kommentaren. Oh, was ist los? Hat jeder. Ist das immer. Das ist eine Fehlermeldung von irgendeinem Item, was sich gerade jemand gekauft hat im Shop. Das war... Ähm... Der Felix schreibt mir, sie zeigen sich leider nicht sehr kooperativ. Ich werde meinen Kollegen mitteilen, dass sie noch eine Rechnung haben. Sprich, ich müsste eigentlich nur ins Gefängnis. Ähm... Ich bin mal gespannt, wenn ich mal irgendwann sterbe, ob die mich trotzdem festnehmen. Ähm... Zeilen sie alle einfach ab? John, du hast meinen Hamtruck, ne? Ja. Du kannst du mir zum Haus nach oben hinfahren. Der andere Hamtruck musst du offiziell in Garage. Ja. So, mal danach dann noch was anderes Action-mäßiges machen? Mona, Teachim. Ich hab bis 17.10 Uhr noch Zeit. Okay, dann machen wir noch irgendwas. Ähm... Dennis, wie wärst du denn mit der Geiselnahme? Sehr gerne. Da unten, guck mal, da unten ist der Zamax. Seht ihr den? Der biegt gerade ab. Ja, ja. Ja, ich bin... Okay, komm. Komm, Dennis. Wir machen das? Wir beide? Wie, wie sagt man für euch? Wir machen das, ne? Wir machen das, natürlich. Nee, du desigst so hart gerade. Du fliegst, ey. Ja. Aber der hat natürlich jetzt erstmal kein Geld dabei, oder sollen wir den einfach nur verfolgen bis zum... Einfach nur aus Spaß. Äh, naja. Wo ist er lang? Links. Der ist zum Öl. Links! Öl. Er fährt die Hauptstraße vorne. Ja. Einfach Gras geben, ne? Ich hab ihn gerade noch gesehen. Dann übernehme ich für die Leitung der Hamtrucks. Ja. Ja, ja. Warum? Aber ich muss erstmal Öl markieren. Eigentlich macht es ja nur Sinn, dass wir die Kohle nehmen von dem, wenn er getradet hat. Dann fertig ist. Ja. Hä? Wo ist denn hier auf dem Weg? Ist doch bloß Ölfelder. Ja, warte mal. Der steht da vorne. Der ist stehen geblieben. Warum ist der stehen geblieben? Schau mal, der schreibt wahrscheinlich gerade. Der steht da vorne. Hinter dem Checkpoint. Ach, hier ist er. Der würde dich jetzt gerade sehen. Vielleicht schreibt er auch die Bullen jetzt schon an. Okay, dann ganz schnell. Einfach nur so, gut. Warte. Oh, das ist voll die Action gerade. Ja, super Action hier. Vor allem hier neben mir. Ey, das ist blöde, wenn er möchte nicht explodieren und ein Heli ist. Hier ist ein Heli? Ja, es startet gerade. Okay, wo fahre ich gerade? Ist er kaputt? Ich steige aus. Jo, soll ich auch aussteigen? Achtung, da kommt der andere. Die Hamtrucks nach Kavala. Ah, okay. Das ist Asator. Und wer ist denn da oben? Warte, da kommt noch gerade. DF. Da kommt noch gerade der blaue Wagen, ne? Der stirbt. Weg die Waffe. Soll ich auch aussteigen? Ja, oder? Dennis? Ja, oder? Ah, bitte. Der hat sich gemutet, oder? Ich müde mich aus, wenn ich immer Dings drücke. Überfall mal bitte ihn, den Fendt. Okay. Schiff G. Los, raus da, du Taucher. Okay, du stehst gerade irgendwie komisch. Das ist echt schattig. Ich bin gerade schon weitergefahren. Raus, raus, raus. Bei mir stehst du direkt vor mir. Ja, ja. Der führt mein Schiff G nicht aus, oder? Dass du wieder hier bei mir weg bist, oder? Ja, weil du desingst gerade, äh. Steht bei mir auch gerade alle, weiter hinten. Ja, okay. Das, ähm. Ja, ja, wir stehen, weil wir hier stehen. Jetzt, jetzt geht, äh. Jetzt bist du weg, okay. Ah, jetzt geht alles wieder. Oh mein Gott. Aber ich kann nichts machen bei dem. So, das ist ein Überfall. Raus, komm her. Das war ein krasser Desing gerade. Fessel ihn doch einfach. Der führt mein Schiff G nicht aus. Ging doch eben, oder? Musst du die Waffe halt vorne haben, ne? Das ist ein Überfall. Jetzt ist Krollen, Personenaussraum. Hab ich gemacht. Hab ich mir jetzt schon fast gedacht. Oh nein. So, bei dir das Gleiche. Richtig krasser Gangster. Alter. Da hat wohl einer Schiss. Ähm, fahrt mal bitte mit Abstand. Ja. Wir werden eventuell explodieren. Der Riddler hat einen Dollar. Wann hast du ja genommen, ey? Ja, hat's ja eher richtig gelohnt. Guck doch einfach, was im Ding ist. Ohne Ruhe nehme ich mit. Jetzt ist der Schrockenschlag. Und Bergfährkasten. Sollen wir die Pistole lassen? Nee, hab ich mitgenommen. Oh, das ist gemein. Das ist knallhart, der Typ, ey. Oh, es tut mir leid. Weil ich nicht dabei bin. Nee, du hättest nur noch wieder aus Versehen erschossen. Nein. Ich hätte echt gesagt, ich hab nix damit zu tun. Ich wurde gezwungen. Es tut mir so leid. Ey, Dennis. Ja. Dennis, du musst dich doch jetzt nicht hinrichten. Aber echt nicht. Wir haben doch darüber geredet, Mann. Du musst dich im Griff haben in dem Moment. Pitbull, ruhig. Du kannst dich ganz ruhig. Du packst es wieder ein. Du kannst das Jojo. Stell dir das Jojo vor. Du musst ganz ruhig bleiben. Ja, Pönt. Pönt, du gehst jetzt oder ich muss dich erschießen. Äh, du stehst jetzt ganz hinten, ne? Okay, ganz gerne. Mann, Alter. Wieso darf ich die denn nicht erschießen? Ja, geil. Ah, ja, die haben nur sterbt. Ja, doch, 3.000 haben die gehabt. Geil. Wir können jetzt natürlich zum Öl, aber das... Das wär ja irgendwie auch mies. Ähm, so John, du fährst mir hinterher. Der andere im Truck muss halt zur offiziellen Garage. Aber wer war das da oben? DF, äh... Dann parke ich den direkt ein, ne? Chucky. Ja. Ist das ein Problem? DF, nein. Ja, geil. Das erste Mal, dass ich jemanden ausgeraubt habe, ey. Wirklich? Weil es mir ja auch einmal jemand komplett erklärt hat, wie es geht, ja? Klicko, ich bin so stolz auf dich. Ja, 3.000, ja. Dafür dürfen wir gleich eine Haftstrafe hier antreten, ey. Ja, das stimmt allerdings. Ich hab nichts gemacht, oder? Egal, ist das jetzt. Du fährst eine illegale Waffe. Du fährst in der Hand. Na, Hunter fährt er. Ja, aber du fährst da mit. Ja, wenn ich sage, ich würde entführt. Ja, aber sie muss die Schrabe nicht davon bezahlen. Ja, trotzdem ist es aufregend. Ich sage, ich wurde entführt und gezwungen. Ja, ich hab sie dazu genötigt, hier einzusteigen. Hat er da kommt einen Blitzer? Ja, wir fahren 116. Mehr geht nicht. 120 ist erlaubt. Super, jetzt hätte ich Geld, um mir ein Kupferlitzel zu kaufen. Ähm, John, zwischen den Bäumen passt du nicht entlang. Du musst rechts an den Bäumen entlang fahren. Direkt am besten vor die Garage. Ja, das ist der ACAD. Der wird wohl den Kerl jetzt reparieren. Der... Hast du Schusslöcher in deinen Gläsern? Ja, die sind kaputt ein bisschen. Vehicles kaputt. Meinst du so jetzt hier, oder was? Er fährt direkt vor die Garage, ja. Mal gucken, was hier hinter ist, unter dem Berg, ich seh nicht. Hey, Mann! Oh. Wir hängen hier an so einem Stein gerade. Ist das Ding kaputt? Ja, ähm, reiten. Ja, nichts mehr gegessen. Warte, hab ich Zeit für einen Snack. Ähm, warte mal, mach mal den Motor... Ach, warte, ich mach's. Ja, der Wagen rollt, ne? Ja, ich merk's schon. Wie, du kommst raus? Ja. Ach, ist im Auto. Nee, die hat das Steam-Menü aufgemacht. Ach so. Hier klicken. Escape. Warte mal, da kommt was. Gerade neben uns. Der RCAD. Korse, der RCAD. Die landen hier, ne? Da wird der Wachter. Ja, die wollen uns ganz machen, oder was? Aber ich hab doch... Äh, dürfen die einen Hunter ganz machen? Warte mal, da unten ist ein anderes Auto. Unten ist da jemand geparkt. Hier unten ist jemand geparkt, deshalb kommt der... Sollen wir die überfallen? Nee. Das dürfen wir nicht. Ich hab den Sanitäter schon mal überfallen. Klar, ich brauch Hilfe, brauch dich auch, aber dann hatte ich irgendwie doch Bock, die... Aber hier unten ist ein Auto, das ne Panna hat. Und jetzt kommt der... So, Jungs, an meinem Haus steigt bei mir einen Hunter. Und, Mädels... Der Bank. Siehst du das hinter uns? ATM, besser gesagt. Kohle einzahlen. Äh, mit dem Hunter zum ATM fahren müssen wir... Das stimmt, dass man jetzt auch mitbekommt, dass der ADAC, ACAD, super funktioniert hier. Oder einer gibt mir die Kohle, ich zahl die erst mal ein und zahl die dann später aus. Das stimmt nicht, der Daniel lügt. Der macht sowas nicht. So kam der an seine 5 Millionen. Du hast 5 Millionen? Hatte der doch gehabt? Wir treffen uns jetzt erstmal wieder mit Donny und Dennis. Ja, okay. Ja, wir kommen zu euch gerade. Donny. Ja, fahr zu meinem Haus. Oder nicht? Wo seid ihr? Haus mit meinem ATM wäre auch nicht schlecht, ey. Ja, stimmt. Die 1 Dollar, die ich geklaut habe, die sind im ATM. Die muss er einzahlen, ja. Ja. Die müssen weg. Hallo? Weil den Gorschen gestärkt. Das ist zu auffällig. Das ist zu auffällig. Wenn die Polizei mich irgendwie kontrolliert mit 1 Dollar, das ist schon auffällig, wenn man so viel Geld mit dabei hat. Ja. Das zeigt von Rebellen Aktivitäten. Ja. High Traffic, ne? Ja, da sind wir drauf. Da kommt die Polizei. Oh, jetzt wird's lustig. Oh nein, jetzt hab ich Angst. Oh, StarSplid aus dieser krassen Tollegeber. Linksabbiegen, Dennis. Wir fahren in Richtung Kupfer. Gerne. Oh, jetzt hab ich... Ich hatte was nicht. Pass auf, ich mach einen kurzen Break, dann weiß ich nämlich, dass wir an der Stelle... Ab jetzt wird's witzig. Wir betten kurze Folge und starten direkt wieder. Bis gleich, Leute.